Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Volk von pokémon kristall. Ja im letzten part ist mir ein Malheur passiert und zwar bin ich so bisschen müde geworden Richtung Ende des Parts und ja ich entschuldige mich dafür erst mal und ich wollte mich aber noch mal bedanken für den letzten part von pokémon road dass so viele aufrufe schon erschienen sind auf dem video mit 200 aufrufen hätte ich überhaupt nicht gerechnet für knapp 235 abonnenten knapp die gleiche aufrufzahl das hätte ich mir im leben nie zugemutet eigentlich also zugetraut und ja deswegen wollte ich mich erstmal dafür bedanken eigentlich wollte ich schon im letzten part machen aber habe ich irgendwie vergessen gut wie gesagt im letzten part bin ich ein bisschen müde geworden was hatten wir im letzten part erreicht wir sind hier in der stadt viola city angekommen und haben schon den fenster turm erledigt somit haben wir die vm blitz bekommen und ja das war es eigentlich vm blitz haben wir erreicht bzw kommen und wir stehen jetzt wo der arena für der ersten arena die erste arena eine flug arena ist sie würde ich ganz gerne meinen kleinstein jetzt nach vorne tun denn kleinstein ist auf level 9 die anderen sind schon auf level 12 alle und kleinstein resistiert ja flug attacken und normal also ich denke mal kleinstein ist hier eine gute wahl man kann kleinstein eben sagt beiden kommen hält sehr viel aus und ja man kann natürlich auch einen kleinen tausch machen hier in viola city und zwar muss man nur auf der route 31 ein knopf fenster einfangen und dann kann man hier in viola city in ein haus ein onyx bekommen das onyx getauscht ist ja hat es ein spitznamen namens aaron oder so ich glaube das ist aaron hieß könnt ihr auch noch mal schauen während das ist spiel da irgendwie was genau steht aber nicht da wie es heißt okay und sprich das tauscht und das level also sprich wenn man ein level 10er no fenster tauscht bekommt man ein level 10 und so kann man eben so nix und so kann man eben so nix bekommen das war ein volltreiber wahnsinn ähm ja er sagte kleinstein interessiert mich nicht die georock ich bekomme so dass so kein geowatz dann kann man sich eben schon ein unix tauschen kriegt man mehr ip also erfahrungspunkte auf das onyx und ja man kann es schneller leveln als ein normales onyx wenn man es später dann einfängt werde ich natürlich nicht machen denn ich finde das mit dem spitznamen also naja nicht passend ähm ich würde schon ganz gerne nach meinen abonnenten irgendwann mal sage ich mal meine pokémon benennen aber da müsste man ja schon auch mal in den kommentaren schreiben ja ich möchte mal wenn du diese generation spielst dieses pokémon sein oder allgemein ich würde ganz gerne eben dieses pokémon sein wenn du eben ähm die name noch umändern könntest dann dann kann ich sagen okay ich werde das pokémon jetzt noch umbenennen es eigentlich namens bewertet beziehungsweise namens umänderer der zweiten generation ich glaube in der ersten generation gab es kein namens umänderer also dass man nicknames umändern konnte von den pokémon ich glaube da gab es einen in ducatia city wenn ich mich recht erinnere wenn ich dann ist es nicht so aber ich glaube schon dass da ein ja naja auf jeden fall kleinstein erreicht level 11 level 10 mal nicht nicht so vogelfänger leo oder besiegt somit und wir können auch zum nächsten trainer gehen danach mal unser einstein heilen so er wird den vogelmeister bing oder den erden vogelmeister sein ich habe gerade den text nicht gelesen die texte sind auch mir relativ egal von den campern ja was auch sehr interessant dazu gekommen ist in der zweiten generation die trainer haben jetzt ein vornamen zum beispiel vogelfänger leo oder klaus oder irgendwie ja das finde ich natürlich schon mal ersten sehr gut gemacht ja nicht so wie in der ersten generation nur ähm vogelfänger oder teenager oder güre oder hast du nix gesehen ähm hier sind eben noch zusätzlichen namen eingebaut oder hinzugefügt worden das finde ich auf jeden fall immer gut so dieses taubsee ist auf jeden fall auch geschichte somit und unser kleinstein erreicht fast äh hat ja zum glück noch ein taubsee und ja werden wir auch besiegen ja was ich eigentlich hier in der zweiten generation in der ersten arena für pokémon eigentlich hinzugefügt hätte wären noch unterschiedliche pokémon und da gibt es ja so viele flug pokémon ähm wir können ja auch gleich mal drauf eingehen na einen moment und geht aus und geht wieder an so flug pokémon flug pokémon gibt es sehr viele auf jeden fall es sind huthut nokku dazu gekommen es ist ja gut ladybar und ladyhan zählt euch mal unter käfer aber wie gesagt huthut und nokku sind ja dazu gekommen xbat ist ja neu dazu gekommen ja schöne flug pokémon auf jeden fall dann mal käferflug pokémon ähm würde ich ihr dann in die käfer arena hinein tun würde ich jetzt machen ähm ramox das erste undicht flug pokémon würde ich auch eher äh doch eher hier in die flugarena hinein tun denn das ist undicht pokémon oder wo ich es noch gesehen hätte wäre beim geistertrainer jens also in der vierten arena warum ausgerechnet dort keine ahnung aber ich schätze dort eventuell hinein getan wenn man schon nicht das hier hinein getan hätte so wir erreichen level 11 und erlernen steinwurt sehr schön dann hätte man noch skoglar bodenflug pokémon wäre wahrscheinlich auch ein sehr schöner cover gewesen hier für die arena also so ein kramort plus noch und skoglar wäre wahrscheinlich mega gut gewesen vermute ich mal so dann hätte man die bodogill ein eis flug pokémon das hätte ich wiederum in die eisarena hinein getan sonst gibt es eher weniger neue flug pokémon habe ich gerade mich gehielt heil mich mal bitte schwester schorl panzer ähren stahl flug ja panzer ähren sieht man nicht einmal in einem kampf finde ich wiederum schade eigentlich nicht einmal in der flugarena geschweige in der stahl arena in der stahl arena gibt es nur magnetilo magnetilo und ein stahl es ist schon bedauerlich eigentlich das ganze ich hätte da so viele geile sache hinzugefügt fanzi äh fanzi äh oder don fahn augen ja die boden nur aber da hätte ich da oder hier eventuellen trainer hingestellt der eben die pokémon hat ja glaub farbegel gibt es auch nur hier oder da mal als wildes pokémon und nicht als ähm trainer pokémon da hätte man auch eventuell was machen können zum beispiel bei der bianga igel hingegeben oder damio plex ja ähm es wären ein pokémon wo ich sagen muss wow mega gut ja scherox potrot als kiefer pokémon als geile cover move pokémon äh gut pot dann eher der kiefer arena also sprich in der zweiten arena hätte ich das hingetan ähm scherox in der stahl und skarborn als kiefer kampf pokémon hätte ich dann eher bei der kampf arena hinzugefügt zum beispiel ja ähm mehr abwechslung mehr typen abwechslung vor allen dingen man muss reinschauen ähm was ist gut gegen kiefer ah gestein gut ähm wenn da so ein kiefer gesteins pokémon kommt gut gestein ist ja immer noch sehr tief eigentlich aber ähm es ist nicht so anfällig gegen typ feuer also man muss entweder mit gesteins pokémon mit dabei haben oder eine gesteins attacke oder eben eine wasserattacke zum beispiel dann wäre es mega gut gewesen auf jeden fall ja also sowas fehlt mir auf jeden fall manntags ist ja ein wasserlug pokémon hätte man eventuell hier hinein tun können eventuell ja ja aber wie schon sagt ihr seht schon ob sie und ein tauboga nur ähm es ist mau obwohl man hier lebensschelle bekommt es ist eine bodenattacke wäre hier in der arena skogler mega gut gewesen weil skogler ist ja von typ bodenflug und lebensschelle hätte es step bekommen so die gegner tun mit lebensschelle meine genauigkeit erstmal schön senken wie ich das passe damit kann ich keinen steinwurf mehr rauskriegen was ich aber machen kann ist auf taubsee zu gehen und außerdem ist dieses tauboga gehackt auf level 9 hat man noch keinen tauboga man hat da nur taubsee so wir machen mit stoß sieht natürlich nicht so heftig viel ab mal schauen wie viel er uns abzieht 8 mal schauen was tackle ausrichtet denn tackle ist ja neutral ja wahrscheinlich ein bisschen mehr bin mir da relativ unsicher machen nochmal tackle ja gut er wird jetzt zu uns im gelben bereich ja einmal windstoß halten wir noch aus ganz knapp außer wenn er jetzt einen volltreffer landet aber er landet kein volltreffer sehr schön tagel und ist besiegt ja hier hätte man noch ein zusätzliches pokémon hinzugefügt also hätte ich auf jeden fall gemacht hätte ich dieses spiel hier entwickelt hätte ich entweder ähm gramox gokla ähm was gab es noch ähm gut ja flug pokémon auf jeden fall hinzugefügt ja ähm den neueren generation also von der zweiten generation er ist hier auf jeden fall hinzugefügt aber wie ich sage somit ist dieser kampf richtig richtig gewach gewesen somit haben wir den flügelorden märzlorden aus youtube und jetzt gehorchen mir die pokémon bis level 20 und können die vm blitz einsetzen und erhalten die tm31 lebensstelle und ja lebensstelle ist okay kann ich den pokémon hinzugeben kann die genauigkeit domme richtig gut denken oder ich gibts ein flug pokémon aber ich hab da drauf kein step wirklich also werde ich es lassen ich könnte es natürlich auch verkaufen was ich sonst immer gemacht habe scheinlich verkaufe ich die lebensstelle ähm denn lebensstelle oh professor lind ruft an hallo wir haben etwas über das ei herausgefunden mein assistent ist im pokémon center und viola city ich spreche doch mit ihm alles klar wir sollen mit den assistenten von professor lind reden der im pokémon center auf uns wartet ja was wird es denn wohl sein die ein oder die anderen wissen es bestimmt die anderen die diese generation noch nie gespielt haben wissen es natürlich nicht aber ich kann euch nur eins sagen wir bekommen etwas geschenkt so 1500 das lohnt sich auf jeden fall wir könnten so richtig viele bälle holen 12 stück insgesamt das werde ich auf jeden fall machen denn ist eine relativ schwache attacke und auch so gut wie überhaupt nicht so im letzten part haben wir ja einige pokémon gekauft und jetzt noch mal zwölf stück ich denke mal wir können so einige pokémon noch mal einfangen die uns wichtig sind so erst mal hier mit den assistenten reden du lange nicht gesehen naja so lange ist es auch nicht wieder her es sind mittlerweile drei parts vergangen wo wir uns nicht mehr gesehen haben oder waren es zwei doch zwei müssten es gewesen sein Professor Lindh hat mich gebeten nach dir zu suchen er hat noch eine bitte an dich nimm bitte das pokémon Ei ja wir erhalten ein pokémon Ei und entdeckt dass ein pokémon erst schlüpft nachdem es im Ei gewachsen ist außerdem muss es sich in der nähe anderer pokémon befinden um zu schlüpfen du bist die einzige Person auf die wir uns verlassen können bitte ruf Professor Lindh an wenn das Ei soweit ist ja gut das werde ich auf jeden Fall mal machen sonst rufe ich den überhaupt nie an aber ich werde es mal in diesem projekt auf jeden fall machen wir werden uns nochmal heulen fix so wir heilen unsere pokémon ich weiß nicht ob ich im letzten part gesagt habe dass ich bestimmte pokémon aus der zweiten generation nehmen wir er fällt zum beispiel ein einziges beispiel ein und zwar und zwar stamm und du stamm kann man hier in jupf und nicht einfangen obwohl im anime glaube ich die zweite oder die dritte folge war lasst mich nicht lügen also ich bin mir sehr unsicher auf jeden fall hat ich und du so auf jeden fall in der ersten zweiten dritten folge auf jeden fall das gesehen bei seiner joto reise im anime und ich verstehe es eben nicht warum man hunduster hier in joto nicht einfangen kann verstehe ich einfach nicht die haben sich gedacht gamefreak ja hunduster ist ein gutes feuer pokémon wir tun das einfach mal in kanto hinein genauso wie lavita ich verstehe es nicht so manche pokémon kann man hier richtig richtig spät erst bekommen und manche pokémon bekommt man ja gar nicht einmal weil man sie tauschen muss naja schwierige sache aber wir meistern das ganze auch ich werde euch zeigen wo ich sie mir gewünscht hätte damals gerade hunduster weil hunduster ist mein zweitlieblings pokémon in der jupo region also in der zweiten generation ich habe ja schon mal damals gesagt in der fünften generation wo wir das gespielt hatten ich glaube war das irgendeine edition war das von den projekten von den vier projekten aus der fünften generation habe ich ja schon mal gesagt dass mein lieblings pokémon aus der zweiten generation expert ist und die anderen lieblings pokémon sind so ich bin mir sehr unter zwischen nachtar hunduster und stahl aus und so oder sherox das sind die nach expert kommen aber sonst bisschen sagt ist x bad eigentlich ausschließlich aus der zweiten generation mein lieblings pokémon was man sagen kann erst ab der vierten generation spielbar ist ja eigentlich ist das pokémon erst ab der vierten generation so richtig spielbar man kann es aber auch schon in der zweiten generation spielen je nachdem wie man spielen will so wir haben ein bisschen sagt einige pokémon jetzt und zwar 18 stück wir gehen nochmal auf die andere route also nochmal zu der alten route 31 beziehungsweise auch der route 30 denn da haben wir ja noch so einige pokémon offen aber bevor ich das mache werde ich in die dunkelhöhle gehen ja in die dunkelhöhle wir sehen da überhaupt nichts ich muss leider mal tot ausmachen denn ja erstmal schauen was wir da so schönes bekommen in der dunkelhöhle also ich glaube auch wirklich nur nähe des eingangs kann ich jetzt auch schon sagen kann man ein super zu 30 prozent ein golfer zu 5 prozent ähm quatsch ich muss im südlichen raum hinschauen nicht im nödlichen raum im südlichen raum so nochmal also ein super zu 39 prozent in gold und über 39 prozent tagsüber und nachts nur ähm in kristall morgens nur zu 34 prozent level 2 ist mir doch nicht zu gering aber ich glaube level 2 muss ich sogar hier einfach dann kann dann kann man kleinsteine bekommen in den allen dreien editionen zu 60 prozent dummisel 1 prozent und in kristall kann man am morgen ein teddy ursa bekommen ja richtig gehört man kann 5 prozent ein teddy ursa in der kristall edition hier schon bekommen ähm mega interessant auf jeden fall aber ich muss sagen viel zu wenig prozent gerade dummisel wenn man dummisel als shiny suchen möchte hier guckt man wahrscheinlich gefühlt ein leben lang äh in anderen generationen kann man dummisel wahrscheinlich viel viel schneller finden gerade in der fünften generation ähm bei einem cheat was wir auch irgendwann mal spielen werden äh ob das nun blaze black ist oder blaze black 2 2 was gesagt oder worldwide oder worldwide 2 ähm steht noch in den stern ihr könnt euch entscheiden welche generation ich spiele auf jeden fall werde ich alle beide mal anspielen oder beziehungsweise spielen ich habe sie schon einmal komplett durchgespielt und da werde ich auf jeden fall in einer edition ich glaube eher in der 2 ähm alle pokémon einfangen aber in shinies also so zeigen ey schaut mal bis zur fünften generation oder knapp bis zur sechsten generation wo sehen alle pokémon in shinies aus da ich so wenig glück habe in meinen runs dass ich überhaupt ein shiny bekomme ähm werde ich das mal so machen dass ich alle pokémon nochmal in shinies äh anbierte natürlich kann man hier auch angeln da kann man goldini bekommen und so aber naja ähm shiny zubad wäre jetzt natürlich nicht mal so verkehrt bekomme ich aber wahrscheinlich eher weniger so ich gucke auch gleich einmal ähm die map aufgebaut ist ah ok so muss ich dann langlaufen um da das item zu bekommen ich möchte ein level 2 zubad tatsächlich denn 2 zubad wäre für mich wahrscheinlich besser als ein level 4 denn ich will ja bei zeiten ein expert haben ich jetzt schon sagen ich möchte ein expert haben im team komm mal was es wolle das ist mein lieblings pokémon habe ich ja schon gesagt ähm und im letzten part habe ich auch gemeint oder war das am anfang dieses part ähm dass ihr mir ein team zusammenstellen könnt welche pokémon ich mit ins team nehmen soll ja also wenn ihr sagt nehm jetzt mantags mit dann nehm ich mantags mit weil kann ja sein dass einer sagt das ist mein lieblings pokémon äh ich will dass du das mit nehmst dann nehm ich es auf jeden fall mit so hier finden wir ein trank das ist schon mal gut dann brauche ich nicht so viele tränke zu kaufen dann würde ich sagen auch dass ich sag okay dann muss ich das pokémon eben mitnehmen und ja so hier haben wir endlich ein level 2 zippert einmal ein pokball werfen fast hat hat er es geklappt ja von mir aus kannst du blut saugen wie du willst problem kleinstein hat kein blut also was du da ab saugst keine ahnung was es ist wahrscheinlich ein bisschen wasser vom letzten regen oder so wer weiß einmal gewackelt aber ist nicht drin geblieben hartnäckiges spud muss ich ernst dazu sein schauen ob wir es bekommen 1 2 immer noch nicht schade ähm dann gehen meine pokball wahrscheinlich nur für dieses super drauf ähm 1 alter schweder Das kann doch nicht wahr sein. Denn wir bekommen ja nicht einmal so schnell wieder Geld zusammen. Ich hätte wahrscheinlich erst mal speichern sollen, ehe ich zu was einfange. Vielleicht muss ich diese Folge wahrscheinlich nochmal nachspielen, dass ich weniger Bälle wegschmeiße, einfach so. Ich kann es ja auch nicht schwächen. Ich habe ja kein schwaches Pokémon dabei. Alle Pokémon sind auf Level 12. Soll ich noch einen Eklat machen, dass es keinen Schaden macht? Das wäre... Nein, nee. Eins, zwei. Das gibt es doch nicht. Also ohne Mist. Ich habe 18 Pokéballer. Und dieses Zybert ist Level 2. Also wenn dieses Zybert jetzt nicht drin bleibt, muss ich wahrscheinlich es so machen, und dass ich mit allen, also von den anderen zwei Pokémon einmal einen Sandwürbel einsetze und dann von mir aus noch, was hat ich, Feurige? Auch Folge einsetze, Sandwürbel, so dass es mich überhaupt nicht mehr trifft. Das werde ich auch jetzt machen. Weil das kann doch nicht sein. Erstmal Feurige. Das kann doch nicht sein, dass Level 2 mich, ähm, mich besiegen will fast. Und zusätzlich noch, ja, keine Ahnung, so viele Pokéballer frisst. So, aber ist es okay. Mach ich damit seine Verteidigung? Ja, sehr schön. Vielleicht hilft es ja was. Keine Ahnung. Ähm, ich kann sie auf jeden Fall nicht angreifen. Kann ich jetzt schon sagen. Ich hätte das erste super wahrscheinlich einfangen sollen. Oder das Level 4, was ich so schön geschwächt hatte. Mehr weiß. So, zweimal Silverflick und zweimal Rauchwolker. Und wenn es dann nicht drin bleibt, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Rauchwolker ist genauso wie Lebensstelle. Nur, dass Lebensstelle noch Schaden macht. Und so ein kleines Pisch. Gut, ich hätte auch Lebensstelle hier Feurige lernen können. Oder irgendein anderes Pokémon. Dann hätte ich Superd easy einfangen können. Easy schwächen können. Aber egal. Mal schauen, ob es drinne bleibt. Es ist ein Level 2, Superd. Es muss doch drinne bleiben. Es bleibt endlich. Sehr schön. Sehr schön. Was ich aber auch überhaupt nicht verstehe, dass es in Atmos über Schwärme gibt und die kommt zu 40%. Das ist Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber egal. Aber da gibt es auch natürlich stark zu 1% Dumm-I. Aber gut. Spitzen haben wir gegeben? Nein. Selbst dieses Pokémon gibt ich kein Dumm-I. Jetzt muss ich natürlich erstmal rausgehen. Weil Kleinstein habe ich Dumm-I. So zu 1% werde ich wahrscheinlich mit euch per Cheat machen. Muss ich aber erstmal die Cheat Seite suchen. Werde ich dann mit euch das hineinfügen und oder ich werde es Offscreen machen. Das könnte ich natürlich mir gut vorstellen, dass ich das Offscreen machen werde. Sonst so relativ eher weniger. So, jetzt muss ich natürlich erstmal schauen. Einen Moment und wieder aus. Ich möchte natürlich runter zur Route 30 Mauskotz im Bild und mal da geht's. So, Raubzi habe ich ja schon. Raubzi also nicht. Ja, was könnte ich jetzt einfangen? Also, ich kann jetzt Raubi Ronju einfangen. Die kommen tagsüber zu 35 Prozent. 35 Prozent. Hauptspaß habe ich aber von 5 Prozent. Ich könnte sogar, kleinen Moment, wieder auf die Route 31 gehen, denn da kommen auch Raubi und Hornju zu 35 Prozent in der rein. 5% 5% kommt Honju. Raubi wird auf jeden Fall nicht zum nächsten Part passieren, sondern wahrscheinlich erst übernächsten Part oder so. Muss ich aber mal schauen. So, mein Fenster hat nur Rankenhieb, da muss ich aufpassen. Oh, und ich werde, ah, warte mal, Moment, ich kann ja Zybert erst mal vorschicken, denn Zybert ist ja Level 2 und hält ja ein bisschen was aus, gerade gegen Kondofenser. Gut. Jetzt seht ihr mal, Zybert ist auf Level 2 und kann nur Blut zaubern. Das ist riskant, sag ich mal. Wenn es natürlich ein Tackle vom Hauptsee überlebt, dann werde ich es einfangen, wenn nicht, kriege ich ja Erfahrungspunkte und das hilft ja mir immer und immer wieder. Das habe ich auch so gemacht, wenn ich Heurige als Starter Pokémon hatte, hatte ich es hoch trainiert, bis es sich entwickelt hat, bis zu Iglava und dann hatte ich die erste Arena gemacht. Sonst hatte ich ähm Ne, habe ich das schon gesagt? Ich glaube eher weniger. Ich hatte sonst immer Kani Mani mitgenommen. Ganz selten mal Endivia wenn ich mal Langeweile hatte, Endivia ich werde aber auch Kani Mani und Endivia noch einfangen irgendwann für euch extra Aber erst nachdem ich alle 8 Orden gefangen habe gehe ich dann quasi so mich eine Special Aufgabe zu Professor Eich ne zu Professor Lindh und und er sagt mir plötzlich auf einmal du kannst jetzt die zwei Jodo startet Pokémon einfangen die tauchen auf einmal plötzlich auf irgendwo hier in Jodo zum Beispiel Nein keine Ahnung wie ich das Ganze mache ob ich das einfach spontan einfange oder so tue hier in Viola City gab es eben das Pokémon Ei voraus Pokémon schlüpft dann gibt es ja noch ein Pokémon Ei in Ducatia City ich könnte es so machen dass ich in der nächsten Stadt ein nein 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 nicht sterben nicht sterben kann ich denn hier nicht fliegen das ist die große Frage naja egal dass ich auf jeden Fall das so mache dass ich das Pokémon irgendwie geschenkt bekomme also einfang trotzdem aber geschenkt bekomme das könnte ich so machen oder keine Ahnung wie ich es am besten mache also lasst euch mal überraschen wie ich das mache gerade mit den Jodo Starter Pokémon und mit den Kanto Starter Pokémon genauso wie mit den legendären Pokémon aus Kanto denn die werden wahrscheinlich heftig werden so jetzt könnt ihr mal in real life sehen wie ich meine Pokémon hoch denn hier gerade so ein Level zweier braucht extremst lange komm wir schicken Taubsee einfach rein na Rauvi entweder es überlebt ein Tackle das wäre wäre ja mit am besten überlebt knapp dann könnte ich auch Raubi auch Raubi würde ich auch so machen wie in der blauen Edition obwohl ich bin mir sehr unsicher soll ich Käferpocken und Raubi und Honio euch zeigen wie ich die Zubukuna und Zubkorn entwickel eher weniger würde ich sagen ich werde die Offscreen mäßig wieder bis Level 9 hoch trainieren und die dann euch zeigen denke ich mal das ist glaube ich mit am hilfreichsten weil für mich dauert es einfach viel zu lange alleine die Pokémon hoch zu trainieren da muss ich auch mal schauen wie ich das ganze mache wahrscheinlich werde ich hier in die Route hingehen oder in die Höhle gar mir ein Vanaira oder irgendein anderes Pokémon herbeirufen lassen per Schickcode und eben immer tauschen 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 dass die Erfahrungspunkte aufgeteilt werden nicht dass sie doch zu schnell hoch oder ich werde einen Trainingspart machen irgendwann mal könnte ich natürlich auch machen dass ich sage okay nach dem zweiten Orden oder nach dem dritten Orden wir machen es so nach dem dritten Orden dass ich dann quasi mal eine Trainingssession mache und die ganzen zwei Boxen oder die Boxen ich schon eingefangen habe mit euch mal hoch trainieren das wird wahrscheinlich extremst lange dauern aber oder eine fang session könnte ich auch machen ich werde jetzt hiermit stoppen mit den einfangen von den pokémon wird mit euch quasi eine fang session machen die eine anderthalbe stunde geht oder die mal zwei stunden lang geht oder eben eine trainingssession je nachdem wie ihr es wollt sind einfach noch zu schwach für flutsauger für knofender obwohl das sehr effektiv ist und zwar vierfach effektiv weil gibt obwohl nicht gibt war nicht doch nicht ich glaube es war nicht mehr sehr effektiv es war nur effektiv weil dadurch dass es ja gift ist knofender ist es noch okay schaden also es ist noch sehr tief aber nicht vierfach sondern nur zweifach glaube ich glaube ich zumindest oder war das doch vierfach noch ich bin sehr unsicher so taub sie erreicht auf jeden fall 13 am besten wäre es wenn ich jetzt hondio noch bekommen würde dann wäre es auf jeden fall erstmal okay dann könnte ich noch ratzfatz einfangen ähm das passt doch schönes hondio jetzt noch und gleich noch ratzfatz im form ich weiß nicht reicht das dreimal blutsauger um es zu schwächen zumindest machen einfach mal dreimal blutsauger gibt stadt mir nur einen schaden ab das ist gut habe ich schon mal euch gesagt dass ihr im sommer viel trinken wollt also mein tages limit beim trinken sind ungefähr lasst mich nicht lügen drei liter gute zweierhalb bis drei liter wenn nicht auch drei halb liter trinke ich am tag wenn nicht auch knapp vier halb liter und das wasser wasser ist immer mit am besten und ich merke warum setze ich verzweifle ein ich es kann nochmal schön ein bisschen schwächen fünf so eigentlich sollte man es nicht einsetzen aber ich setze es einfach mal ein so eins zwei drei nicht gereicht knapp mir aus mach ruhig erst mal fadenschuss du kannst mich so oder so nicht vergiften denn ich bin selbst 1 2 3 wunderbar hornio war auch somit gefangen somit haben wir erstmal die basics pokémon die tagsüber kommen erstmal eingefangen alle in den ersten drei routen und somit können wir auch erstmal noch ratzfatz einfangen möchte keinen spitzname geben vielleicht muss ich ehrlich dazu sein habe ich so viel glück dass die pokémon dich jetzt einfangen irgend so krasses item haben die nuggets oder so da könnten wir auch gleich noch mal schauen wenn wir das ratzfatz eingefangen haben um zu schauen ob die wenn die die item haben dass ich das verkaufen kann kann ich auch schauen zum beispiel kein item ich fange noch wie schon gesagt das ratzfatz noch ein fenster tun und danach werde ich erstmal kurz schauen ob mir überhaupt pokémon eingefangen haben mit dem item was trägt ich habe es so gemacht dass die pokémon die ich einfangen kann dass die ein item tragen können zu 100% kann ja hier ein ratzfatz kommt und nachts eben 85% ein nebulak nebulak werde ich natürlich auch einfangen ratzfatz level 3 müsste ich auch 17 level höher trainieren alter schweden und ihr seht schon dieses ratzfatz ist lila ich hab das moment ich muss da mal schauen ratzfatz ich muss da mal hoch scrollen ratzfatz wo bist du du bist hier ratzfatz ist lila damals war es ja so bräunlich in der gelben edition auf jeden fall und vorne gesehen gibt es es hier überhaupt noch die artworks ne die artworks sieht man gar nicht mal wie man es auch dazu nennt ähm schade eigentlich ich hätte wirklich gedacht dass es hier die einzelnen warte mal im Moment kann man ja hier 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 kann ich schauen genau also rot und blau war es so na gut gab es eben noch kein wirkliches äh farbspektrum für lila und in gelb war es so gräulich genau äh in zweiter generation war es dann lila ähm auch ein gutes design silber das design finde ich besser als ähm gold und kristall muss ich ehrlich dazu sein rubin und saphir sieht es genauso aus wie in silber fast ähm also wie soll ich es beschreiben also auf hinterbein steht es und die potterbeine so ein bisschen angewickelt wie so ein t-rex ja mit so einem langen schwanz aber ähm oder wie so ein eischhörnchen steht es da manchmal ähm gucken wir auch ab und mal vermute ich mal ich weiß es nicht keine ahnung diese generation sieht ja okay aus würde ich sagen der backsprite sieht auch auf jeden fall mega aus der zweiten generation schon alleine haben sie sich mehr ins zeug gelegt hat man mehr hinzugefügt nicht nur eben den kopf und so ein schwanzstück nein man hat wirklich fast den ganzen körper hat man dann und vielen pokémon muss ich ehrlich dazu sein vierte generation natürlich ist das auf jeden fall klar dass es nicht verändert wurden und künftige generation bewegt es sich ja sechste generation bewegt es sich ja auch ja oder ab der sechsten generation bewegen die sprits sich ja erstmal abgesehen so ihr hattet kurzen white screen sorry dafür dass ich euch geblendet habe falls ihr es in der dunkelheit mitten in der nacht anschaut keine ahnung dann habt ihr jetzt wahrscheinlich augengräbs bekommen seid jetzt blind durch den white screen sorry dafür auch dieser part geht 45 minuten eine 30 stunde ich schätze nie ohne mehr aber nur ein paar pokémon die ich einfangen wollte plus noch für den arena orden krass krass auf jeden fall so mitnehmen wir wollen ja gucken status ob die überhaupt ein item haben ratzpratz trägt kein item ponio trägt auch kein item rot trägt robbie schon mal gut kopf muss kein item ok einmal ratzpratz habe ich zweimal ratzpratz ok ratzpratz habe ich wahrscheinlich da eingefangen wo ich gleitstein eingefangen kann ich nein kann ich nicht also ablegen werde ich also wisst ihr was das mache ich auf screen die proteine werde ich dann quasi von grau holen werde ich die proteine abheben und eventuell trainieren vielleicht ich werde die entwicklungen zu smed boon die wurden nicht mit sehen denn die sind gar nicht mal so spannend muss ich ehrlich dazu sagen vielleicht werde ich es auch irgendwann so machen wenn ich die kaiser kristall spielen sollte dass ich da einen kleinen cheater anwende und dass ich alle pokémon in shinies einfangen und die mit euch einfach mal hoch trainieren denn wie soll ich sagen kaiser kristall ist eine edition wo man glaube ich alle pokémon einfangen kann bin ich mir nicht wirklich zu 100 prozent sicher zur not kann ich es noch mal über arbeiten glaub ich zumindest wenn ich dann ist es so und wenn werde ich nur die Chinese einfangen die ich nur einfangen kann wenn nicht werde ich die anderen pokémon eben per sheet code einsetzen und einfangen noch muss ich mal schauen wie ich das ganz war ich werde auf jeden fall offscreen mäßig jetzt noch die pokémon die ich nur nachts einfangen kann einfangen mit euch also nicht mit euch oder für euch was gesagt und werde dann im nächsten part euch sagen oder vielleicht werde ich das im nächsten warte mal weil wir haben heute freitag also für mich ist es freitag und samstagabend wollte ich so oder so wieder aufnehmen also sprich werde ich das wahrscheinlich so machen dass ich mit euch so mache dass ich mir hoot und nebulak auf jeden fall mit euch einfangen aber aber anderen pokémon wie dumm isel teddy orsa ähm und noch zusätzliche andere pokémon die ich nicht habe werde ich dann quasi selbst einfangen weber zum beispiel werde ich auch mit euch wahrscheinlich dann einfangen weil ich so oder so ja nachts spielen will eine folge zumindest dass ihr mal einen anderen rhythmus habt mal nach nach vier parts glaube ich das war da viele parts glaube ich ja nach vierten also im vierten part schon den ersten und das ist krass manche editionen hat man ja obwohl muss sagen eine dreiviertel stunde jeweils zwei parts die lang sind die ersten drei parts sind auch insgesamt eine stunde also fast zwei stunden lang bis hierher fast mehr als zwei stunden auf jeden fall krass auf jeden fall naja ich würde sagen wir sehen uns dann quasi im nächsten tag wieder wenn es draußen dunkel ist würde ich sagen bis dahin haut rein macht's gut zum nächsten mal ciao